Hallo und Grüße an euch. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur weiteren Folge unseres Podcasts vom Digital Breakfast. Ja, ich habe heute einen mega spannenden Gast. Das ist der Daniel Obst. Der ist Top Voice Nachhaltigkeit bei LinkedIn und ich freue mich riesig, dass wir was zusammen machen. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Also das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Für manche einen ist das ja so ein bisschen Widerspruch, aber für ihn nicht. Und das fand ich jetzt granios. Und an der Stelle möchte ich einfach mal betonen, dass ich mit ihm einen Rekord gebrochen habe. Man muss sich mal vorstellen, ich habe ihn angeschrieben. Also es war quasi der Erstkontakt. Er hat den Kontakt bei LinkedIn bestätigt. Dann haben wir noch mal ein paar Mal hin und her geschrieben. Und das Ganze hat sieben Minuten gedauert. Dann hatten wir den ersten Gesprächstermin. Und das will ich einfach mal so in die Waage legen. Für alle, die vertrieblich unterwegs sind. Von der Erstansprache bis zum Kontakt sieben Minuten. Ja, also das ist mal so als kleine Anekdote, was heutzutage alles passieren kann. Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Ja, hallo Daniel. Ja, hallo Thomas. Sei gegrüßt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier zu sein. Also ich fange halt immer so an, dass sich die Gäste auch mal so ein bisschen selber vorstellen, dass sie einfach mal so ein bisschen erzählen, wo sie herkommen, was sie so machen. Genau, vielleicht startest du einfach mal. Ja, sehr gerne. Also ich bin 39 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind fünf und sieben. Und bevor ich gleich noch mal ein bisschen mehr zu meinem Privatleben erzähle und was mich da motiviert, vielleicht, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Bei mir dreht sich alles, wie du so schön sagst, um Nachhaltigkeit. Als LinkedIn Top Voice wurde auch honoriert, dass ich seit geraumer Zeit mich zu dem Thema auch äußere öffentlich. Ich blogge dazu. Warum tue ich das? Weil ich mich eben unheimlich viel damit beschäftige und sehr viel lerne. Und dieses Wissen möchte ich teilen, weil ich glaube, dass es wertvoll ist, dass immer mehr Menschen sich damit beschäftigen und davon erfahren. Und das adressiert sowohl, was kann ich, was kann jeder Mensch persönlich tun im Privatleben als auch vor allem. Und das ist wahrscheinlich der viel größere Hebel. Was können Unternehmen tun? Und deshalb halte ich auch Vorträge dazu und versuche eben auch Menschen darüber so ein bisschen zu begeistern. Denn das ist mein Leidenschaftsthema, mein Herzensthema, was ich zum Job gemacht habe inzwischen. Und berate deshalb auch Unternehmen dabei, wie sie Nachhaltigkeit voranbringen können. Und zwar ganzheitlich und auch wirksam. Und das ist etwas, was ich beobachte, wo es noch viel Potenzial gibt. Genau, und deshalb ist das inzwischen mein Job. Ist ja nicht mein Spezialthema, deswegen bist du ja da. Ja, aber als Wahrnehmung von außen sehe ich das genauso, dass es von vielen ignoriert wird. Und ich hatte ja auch einen Vortrag zum Thema Marken. Und zwar hatte ich eine Studie gefunden, also die zehn größten Marken. Also und habe die Studie dann übersetzt und da war zum Beispiel die Markenentwicklung, ja, war ein Riesenthema Nachhaltigkeit. Also die Top Ten Marken sind da schon ganz, ganz weit unterwegs, ja, weil sie schon wissen, sie werden sonst ignoriert irgendwann, ja. Und das fand ich schon beachtlich. Deswegen freue ich mich auch, dass wir jetzt mal in das Thema einsteigen und auch dann das noch weiter verbreiten, ja. Du hast noch gesagt, deine private Motivation. Ja, genau, vielleicht mal ein bisschen ausholen, denn das, was verbindet uns auch, ist eben das Thema Digitalisierung. Ich bin nämlich eigentlich gelernte Informatiker. Das ist eigentlich so meine Homebase mal gewesen, muss ich inzwischen so ein bisschen sagen. Und natürlich bleibt es Digi wahrscheinlich für immer auch. Aber inzwischen ist es eben ein anderes Thema geworden. Nur warum ist das wichtig? Denn das, was ich in den ja schon über 18 Jahren Berufsleben rund um Digitalisierung gelernt habe, in Führungspositionen bei größeren Konzernen, auch Rewe und AXA zuletzt, ist all das, was man für die digitale Transformation brauchte und nach wie vor braucht. Nämlich, wie bringe ich Menschen dahin, diese tollen digitalen Tools richtig zu nutzen und nebenbei, wie komme ich überhaupt zu den richtigen digitalen Tools, die ich wirklich brauche für meine Geschäftsprozesse, was natürlich auch viel mit Strategie zu tun hat. Und das ist alles auch etwas, was wir in der Nachhaltigkeitstransformation, vor der wir jetzt stehen oder in der wir in den Anfängen drinstecken, eben auch brauchen. Und da geht es auch ganz viel um die Frage, was ist eigentlich die richtige Strategie? Wie wird Nachhaltigkeit wirksam und nicht nur Greenwashing mäßig als Feigenblatt verwendet, sondern wie das auch wirklich eine positive Wirkung entsteht für die Gesellschaft? Wie bringe ich aber auch das an die einzelnen Menschen? Und das sind eben die Dinge, die ich mitnehme in dieses neue Thema. Und warum beschäftige ich mich überhaupt so viel damit? Da haben meine Kinder natürlich auch was mit zu tun. Ich sage mal, passiv nachhaltig bin ich schon ganz lange. Ich bin also auch schon viele, viele, viele Jahre Mitglied und Kunde der GLS Gemeinschaftsbank. Das ist ja so quasi die erste Ökobank der Welt, die dieses Thema total auch in der Finanzwelt inzwischen auch ziemlich prominent und relativ groß geworden vertreten. Aber das war eben ganz lange passiv, mein Engagement in Anführungsstrichen. Und seit tatsächlich, muss man sagen, Fridays for Future 2019 ist das bei mir, hat sich das verändert. Und ich bin eben viel aktiver geworden, weil irgendwann wurde mir klar, Moment mal, wie konnte es eigentlich passieren, dass wir und ich auch dieses Thema so völlig aus den Augen verloren hatten? In dem Fall vor allem das Thema Klimaschutz und besonders diese Dringlichkeit, die da ist. Also wir haben halt eher zehn nach zwölf und nicht mehr fünf vor zwölf und noch irgendwie alle Zeit der Welt, sondern es ist eigentlich schon fast zu spät. Zu spät für was? Das wäre ein Thema für einen eigenen Podcast vielleicht, Thema 1,5 bis 2 Grad. Aber da wurde mir so klar, Mensch, ich habe eigene Kinder, die sind 5 und 7, also damals noch zwei Jahre jünger. Die werden irgendwann auch in dem Fridays for Future Alter sein. Und dann werden die mich fragen, hey, Papa, du wusstest das doch alles. Was hast du eigentlich dagegen gemacht? Und das hat einen Moment gedauert, als mir das so klar wurde und ich zum Schluss kam, ja, ich werde denen jetzt nicht nur erzählen, dass ich doch aber irgendwie Ökostromkunde bin und hier bei einer nachhaltigen Bank mein Konto habe. Das kann es nicht sein. Wenn das für uns alle die Antworten sind, ja, dann gute Nacht. Dann wird das einfach nicht reichen. Und also nicht nur, um meine Kinder zufriedenzustellen, sondern vor allem, um ein vernünftiges Leben in den nächsten Jahrzehnten zu ermöglichen. Und deshalb sind meine Kinder auch ganz wichtig und tatsächlich auch die Fridays for Future Bewegung für mich ganz wichtig, weil das dazu geführt hat, dass ich eben in den aktiven Modus geschaltet habe und gesagt habe, okay, jetzt möchte ich wirklich was verändern. Und dann haben wir als Familie natürlich das, was man dann typischerweise vielleicht so macht, eben geschaut, was können wir tun? Wo können wir, ich sage mal, irgendwie Plastik sparen? Aber auch, was können wir, brauchen wir wirklich ein Auto? Wir haben inzwischen tatsächlich kein Auto mehr, sondern nutzen ganz viel. Wir wohnen so im stadtnahen Bereich, eben Fahrrad, öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing aber auch. Das sind alles so Dinge, die haben von Hölzern auf Stöckchen mich geführt. Und dann wurde mir irgendwann klar, ja, jetzt tun wir das alles für uns. Und jetzt? Was ist denn jetzt der Hebel? Und so habe ich dann quasi angefangen, darüber zu schreiben, weil ich gedacht habe, ich habe so viel gelernt, erst mal aus dem Privaten kommend, jetzt möchte ich das mit anderen teilen. Und so ist Stück für Stück etwas entstanden, wo ich stehe. Also finde ich mega spannend. Also mir geht es ähnlich, muss ich sagen, wobei ich jetzt gestehen muss, ich bin noch im gewissen passiven Modus, wobei dadurch, dass wir jetzt eine Serie auflegen zu dem Thema, bin ich vielleicht ein bisschen, also ich will mich jetzt jetzt rausreden, aber vielleicht ein bisschen aktiv. Aber mein Sohn ist neulich nach Hause gekommen und hat gesagt, Papa, warum haben wir eigentlich noch einen Verbrennungsmotor als Auto? Also der ist jetzt acht geworden, ist technisch sehr, sehr versiert und so weiter. Und der kommt mit solchen Themen nach Hause. Und er ist dann auch noch sehr, sehr naturverliebt, also Bäume, Pflanzen und so weiter. Also da weht uns schon der Wind ins Gesicht zu Hause, was die Sachen angeht. Und von daher sind wir auch da mittendrin. Und ich habe diesen schönen Spruch, wir haben nur eine Welt. Und da ist ja die Frage, wenn dann irgendwann kommt, Papa, wie hast du denn die Welt hinterlassen für mich? Also das sind ja so die Argumente. Also schon harter Tobak. Und durch die Bewegung ist es natürlich auch in die Wahrnehmung gerückt. Das fand ich auch außergewöhnlich, dass die Jungen jetzt auf die Straße gegangen sind oder auf die Straße gehen und da einfach mal jetzt mal ein bisschen auf den Putz hauen. Also die Generationen davor haben halt, ich sage jetzt mal, das irgendwie hingenommen. Und also dass da jetzt so ein Bewusstsein entstanden ist. Und also eins ist auch klar, wenn man jetzt mal die großen Unternehmen anschaut, sie haben es zumindest mal in der Wahrnehmung, ob sie es schon angepackt haben. Aber ich glaube, dass sich so die Top-Unternehmen, also auch in Deutschland, also nicht nur weltweit, sondern in Deutschland, dass die sich das sehr, sehr intensiv mit auseinandersetzen. Weil sie genau merken, will man bei einem nicht haltigen Unternehmen in Zukunft noch einkaufen. Da verändert sich unheimlich viel. Es gibt auch, es gibt im Klima ja zum Beispiel diese Kipppunkte, wenn der Permafrostboden auftaut oder eben der Amazonas-Regenwald irgendwie zu sehr geschwächt wird, dann kippt das Klima quasi. Dann erreichen wir da neue Temperaturrekorde und klimatische Veränderungen. So gibt es auch soziale Kipppunkte. Das finde ich ganz spannend. Und es gibt zum Beispiel eben auch eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die eben auch soziale Kipppunkte sich vorgenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Und die haben eben erkannt, dass das Thema Nachhaltigkeit inzwischen an einem sozialen Kipppunkt angekommen ist, also einen so breiten Konsens in der Gesellschaft beginnt zu genießen, dass es eben das wie die großen Beratungshäuser dieser Welt, dass es eben zum Megatrend wird quasi, dass es eben nicht mehr so ein Nischen-Öko-Dasein eines grünen Themas ist, wo es vielleicht so ein bisschen herkommt, leider in Anführungsstrichen, sondern inzwischen in der breiten Bevölkerung große Akzeptanz genießen. Das äußert sich zum Beispiel auch in Umfragen, dass Dreiviertel der Deutschen sagen, dass ihnen nachhaltiger Lebensstil wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Dass sich das noch nicht im täglichen Verhalten so eins zu eins umsetzt, das ist einerseits schade, aber andererseits ganz menschlich. Das ist auch ganz, ganz normal. Das wird aber Stück für Stück kommen und es kommt nicht zuletzt auch natürlich ganz stark durch Regulatorik. Also da muss man auch sagen, die EU ist extrem fleißig, aber auch die neue deutsche Bundesregierung. Denn wenn man sich, ich weiß nicht, ob du dir mal den Koalitionsvertrag angeschaut hast, das ist ja ein relativ langes Papier mit 178 Seiten. Und man findet dort tatsächlich 102 Mal das Wort nachhaltig. 102 Mal in dem Koalitionsvertrag. Das Wort, was am häufigsten auftaucht, ist übrigens witzigerweise, passt zu uns, das Thema digital. Das taucht noch häufig auf und das ist auch vielleicht berechtigt. Aber es ist schon beachtlich, dass dieses Wort so häufig in einem Vertrag auftaucht und sogar die Unterschrift zu der Überschrift mehr Fortschritt wagen des Koalitionsvertrages lautet Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und warum erwähne ich das? Ich will keine Werbung für diese Bundesregierung machen, sondern ich sage, da wirkt jetzt ein neuer Zeitgeist, auch eben bei uns in Deutschland in der Bundesregierung und nicht nur bei der EU. Und das bedeutet, wir alle müssen uns da ein Stück weit verändern. Und es ist natürlich, wie du eben sagtest, harter Tobak. Wir haben alle irgendwie in der Vergangenheit Dinge unter neuen Erkenntnissen vielleicht nicht richtig gemacht. Ich zum Beispiel habe auch viele, viele Jahre für BP gearbeitet, ein Mineralölkonzern bekanntermaßen, und bin darauf jetzt so rückblickend natürlich überhaupt nicht stolz. Ich denke, ich war quasi noch ein Teil des Problems, wenn man so möchte. Und das ist natürlich nicht schön, sich das einzugestehen. Wenn wir aber ehrlich mit uns selbst sind, geht das jedem von uns so. Wer ist jetzt schon nachhaltig perfekt? Und welches Unternehmen ist schon nachhaltig perfekt? Kann man ja kaum sein, auch in dieser Welt kaum sein bisher. Und das ist eben das, wo wir jetzt alle irgendwie auf einem unterschiedlichen Punkt dieser Nachhaltigkeitsreise stehen. Die einen ein bisschen weiter vorne quasi, schon ein bisschen weiter fortgeschritten, die anderen ein bisschen weiter hinten. Und uns jetzt fragen müssen, okay, wo stehe ich eigentlich heute? Und wie komme ich jetzt von da aus weg? Wie kann ich mich entwickeln, die Transformation unterstützen, mitgehen und ein Stück nachhaltiger werden als Privatmensch, als Unternehmen, als Organisation? Und wie gesagt, da tut sich jede Menge in der Gesellschaft, aber auch eben bei Finanzinstituten, die durch Regulatorik gezwungen werden, jetzt auch zukünftig mehr bei Unternehmen hinzuschauen. Also bin ich sehr gespannt. Wir haben ja mehr vor. Wir haben ja auch das Digital Breakfast am 22. Februar, wo du dann live und in Farbe auch dann mal uns was erzählen wirst. Und vielleicht steigen wir mal so in das Thema ein. Wir haben ja, so gelingt die Transformation zum nachhaltigen Unternehmen. Kannst du da ein bisschen, ein bisschen was anteasern? Ja, also wir wollen ja nicht alles verraten, aber kannst du da ein bisschen was anteasern? Und zwar, also das war die erste Frage. Und ich weiß, man soll es nicht unbedingt machen, zwei Fragen hintereinander stellen. Ich mache es jetzt trotzdem. Und die zweite Frage war, da haben wir im Vorgespräch drüber gesprochen, was du unter Nachhaltigkeit verstehst. Du hast gesagt, es ist eben nicht nur Klimaschutz, sondern es sind noch ein paar andere Themen. Also die zwei Sachen würden mich noch brennend interessieren. Ja, sehr gerne. Erstmal, ich danke für die Einladung überhaupt hierhin und auch für den 22. Februar. Ich freue mich da total drauf, darüber zu sprechen, denn das ist eben das, was mir auch viel Spaß macht, diese Dinge zu teilen mit anderen. Denn ich glaube, wir haben unheimlich viele Lösungen schon. Wir müssten sie nur mal wissen und somit anwenden. Und viele Menschen wissen einfach gar nicht, welche fantastische Lösungen es gibt. Und dass Nachhaltigkeit im Übrigen nicht viel, sicherlich manchmal, aber nicht viel mit Verzicht zu tun hat, sondern Dinge einfach anders zu machen und dadurch ein Stück weit nachhaltiger zu sein, eben weniger einen negativen Fußabdruck zu hinterlassen und lieber etwas Positives zu bewirken. Und das ist in der Regel einfach nur anders und bedeutet nicht, dass ich plötzlich nichts mehr darf. Und das versuche ich eben auch über meine Vorträge und auch eben im Februar gerne bei dir im Digital Breakfast ein bisschen zu vermitteln. Zu deinen zwei Fragen. Ich fange vielleicht mal in umgekehrter Reihenfolge an, weil mir das ganz wichtig ist, wenn ich darf, Nachhaltigkeit erstmal zu erklären, denn das ist natürlich auch ein vielverwendetes Wort, was eben auch ein besagter Megatrend, was versteht man eigentlich darunter? Und ich würde mal vermuten, wenn man jetzt zehn Menschen in einem Raum hätte und die sind alle vielleicht keine Nachhaltigkeitsexperten, hätte man zehn verschiedene Definitionen, wenn man sie fragt, was sie darunter verstehen. Ganz klassisch kommt es ja eigentlich aus der Forstwirtschaft und meint eben dieses, ich nutze nicht mehr aus dem System, wie das System regeneriert quasi, sodass kein dauerhafter Schaden entsteht. Und dann gibt es auch noch so ganz klassisch diese drei Säulen, Ökologie, Soziales, Ökonomie. Wenn ich davon rede, dann baue ich darauf auf und nutze das, was wir eigentlich als größten gemeinsamen Nenner auf der Welt zu dem Thema haben. Das sind nämlich die Sustainable Development Goals, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die 17, die es da gibt, die von der UN, der Weltstaatengemeinschaft, somit 2015 definiert wurden. Und da wurde eben gesagt, hey, das sind die Dinge, die wir als sehr erstrebenswert für die Weltgemeinschaft halten, dass wir beispielsweise eben keinen Hunger und keinen Armut mehr in der Welt haben bis 2030. Darauf sind die ursprünglich angelegt, dass wir hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit sicherstellen, aber auch bezahlbare und saubere Energie, Leben unter Wasser und Leben an Land fördern und so weiter und so weiter. Und das ist im Prinzip, glaube ich, Nachhaltigkeit, denn damit komme ich jetzt zu der ersten Frage von dir. Wenn ich Unternehmen so beobachte, dann sieht man ganz oft eben auch im öffentlichen Diskurs, auch durch Politik, nicht nur bei Unternehmen, dass Nachhaltigkeit fast gleichgesetzt wird mit Klimaschutz. Und das ist eben nicht der Fall. Klimaschutz ist ein Teil und eines dieser 17 Ziele und insofern auch total wichtig und vielleicht ein Stück weit wichtiger, weil die Transformation da besonders schwierig ist, weil wir eben nicht von heute auf morgen oder übernächste Woche unsere fossilen Energieträger aus der Welt bekommen, die nun mal beim Klimaproblem das Hauptthema sind. Das heißt, das ist einfach eine Sache, die überall in die Welt hineingreift. Von daher hat das nochmal ein besonderes Augenmerk. Aber es gibt eben die 16 anderen auch noch. Und dann sehe ich auch ganz viel, das auf der Webseite von Unternehmen steht. Ja, wir haben Bienenpatenschaften und wir haben Wildblumenwiesen angelegt und wir pflanzen auch Bäume und kompensieren darüber unsere Emissionen. Ja, auch das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun, aber ist auch nur an der Oberfläche gekratzt. Denn wenn sich die meisten Unternehmen mal die Geschäftsmodelle anschauen, dann ist das für die allerwenigsten Unternehmen der große Hebel. Also Bienchen, Blümchen und Bäumchen, sage ich dann immer so schön, ist für die wenigsten Unternehmen das, wo sie besonders großen Fußabdruck hätten. Es sind in der Landwirtschaft und für viele ist das somit, ja was eigentlich, ein Aushängeschild. Vielleicht ist es ein Trend, weil das viele im Moment machen und weil das auch, um ehrlich zu sein, natürlich ganz tolle Dinge sind, diese Sachen zu tun. Also ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber es ist eben nur ein klitzekleiner Teil von Nachhaltigkeit und in der Regel nicht das, was die meisten Unternehmen wirklich beeinflussen können als größten Hebel in ihrem Geschäftsmodell. Und dann kommen wir eben zu dem, wie die Transformation wirklich gelingt und das hat eben ganz viel zu tun mit der Frage, ja was ist eigentlich meine Strategie in Sachen Nachhaltigkeit. Und das sind genau die Dinge, von denen ich gerade komme, nämlich mich zu fragen, was ist eigentlich das, was mir am meisten hilft, um wirksame Nachhaltigkeit in mein Unternehmen zu bringen. Und das ist eben, wie gesagt, seltenes Bienchen, Blümchen und Bäumchen, sondern eben vielmehr, je nachdem, was für ein Unternehmen ich bin, ob ich Dienstleistungen oder Produkte herstelle oder anbiete, ob ich eine Produktionsstraße habe, ob ich Lieferketten habe, da in meinem Geschäftsmodell muss ich anfangen zu suchen, was die wirksamen Hebel sind. Deswegen ist eben ganz viel die Frage, wo will ich eigentlich hin, warum will ich da hin? Wenn ich Unternehmen eben mir anschaue und frage, warum tut ihr eigentlich das, was ihr gerade tut in Sachen Nachhaltigkeit, dann sind die Antworten oftmals auch ein bisschen dünn. Und das ist eben ernüchternd, weil das zeigt in der Regel, wir haben da keine richtige Strategie. Und deswegen fängt es an mit der Strategie, wo will ich eigentlich hin? Und es geht aber auch weiter mit, ja, wer macht das denn am Ende, Nachhaltigkeit? Und dann gewinnt man manchmal den Eindruck, man sieht auch jede Menge dieser Stellen ausgeschrieben, das ist irgendwo auch gut, dass die Nachhaltigkeitsmanager und Nachhaltigkeitsmanagerinnen gesucht werden, die das dann tun sollen, so scheint es. Und das scheint auch in der Kommunikation manchmal so. Aber das ist natürlich irgendwie zu kurz gesprungen, wenn man das glaubt. Denn Nachhaltigkeit ist das, was im täglichen Handeln eines jeden Einzelnen stattfindet. Und das ist nicht nur bei uns zu Hause so, sondern es ist eben auch im Unternehmen so. Und ich mache mal ein Beispiel aus der Digitalisierung, weil wir sind ja nun mal hier im Digital Breakfast unterwegs. Denn bei der Digitalisierung, also so, da kann man sich verschiedene Statistiken zu dem Thema beispielsweise mal anschauen. Und ich überbringe mal zwei Beispiele. Das eine ist, es gibt eine Studie, die sagt, dass 80 Prozent aller digitalen Daten nach erstmaliger Speicherung nie wieder verwendet werden. Und das muss man sich mal ganz kurz durch den Kopf gehen lassen. 80 Prozent aller digitalen Daten werden nach erstmaliger Speicherung nie wieder verwendet. 80 Prozent, also der Großteil. Und das bezieht sich natürlich vor allem auf große Unternehmen. Und ich komme aus großen Unternehmen und weiß, dass das durchaus realistisch ist oder zumindest nicht unrealistisch. Denn wenn man sich eben jetzt gerade auch mal die neuesten Trends der letzten Jahre anschaut, wo eben alles in die Cloud wandert und über Microsoft Teams und Ähnliches organisiert wird, da sind eben jede Menge Datenfriedhöfe entstanden, die für Projektzeitraume kurzzeitig genutzt wurden und danach nicht mehr. Und oftmals eben vielleicht sogar eine Datei nur ein einziges Mal, wie diese Statistik eben sagt. Und jetzt liegen die eben da. Die liegen irgendwo. Die müssen natürlich gespeichert werden. Ja, Speicherplatz kostet nicht mehr viel Geld im ökonomischen Sinne. Aber Speicherplatz braucht Ressourcen. Die Festplatten, wo diese Dinge gespeichert werden, mussten irgendwann mal hergestellt werden. Die Server müssen betrieben werden. Die brauchen Energie und erzeugen Emissionen. Über die Cloud und Datenverbindung wird das ständig übertragen. Das heißt, wir haben andauernd eben an der Stelle einen ökologischen Fußabdruck, wenn man so möchte. Und die Frage ist eben, wem ist das eigentlich bewusst? Den Leuten in der IT, ist denen das klar? Haben die sich eigentlich schon mal gefragt, wie es mit datensparsamen Anwendungen, datensparsamen Websites aussieht? Wie kann ich meine Anwendung nicht nur ergonomisch machen, in dem Sinne, dass die Anwender sie auch gut verwenden können, sondern eben auch nachhaltig, in dem Sinne, dass sie möglichst zum Beispiel datensparsam sind? Habe ich überhaupt ein Konzept, mich zu fragen? Wie werden die Daten einmal oder mehrfach gebraucht? Müssen sie x-mal gebackupt werden? Und so weiter. Und dann kommen wir halt dahin, wo das plötzlich im täglichen Handeln als Teil der Transformation und als Teil der Kultur eben relevant wird, dass eben auch die Menschen in der IT-Nummer an diesem Beispiel festgemacht eben und jeder und jede im Unternehmen sich fragen, hey, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und heute steht das halt leider nicht in Stellenprofilen. Deswegen habe ich manchmal den Eindruck, und mir ging es ja nebenbei auch lange Zeit so, wir kommen ja auch aus solchen Konzernen, der nachhaltige Anspruch, den man zu Hause hat, der bleibt an der Bürotür außen vor, der bleibt dann draußen, dann geht man in den Job, macht seinen Job, wie es im Stellenprofil steht, macht den vielleicht auch super, alles wunderbar, und dann geht man wieder nach Hause und auf dem Weg nach Hause fragt man sich, naja, ich wollte ja eigentlich eh schon immer mal in den Unverpackt laden, heute mache ich das endlich mal, weil es mir wichtig ist, Verpackungen irgendwie zu reduzieren. Und das ist irgendwie so ein bisschen schizophren manchmal. Warum tue ich das im Privaten? Habe da irgendwie einen Anspruch? Möchte Dinge verändern? Klappt vielleicht noch nicht immer so gut, wie ich gerne möchte, aber möchte Dinge verändern und im Job spielt das keine Rolle. Und das ist eben auch ein Teil dieser Transformation, dass ich das in die Köpfe der Menschen bringe, dass es plötzlich mir wichtig ist als Unternehmen, auch als Teil eines jeden Jobs, ob ich im Controlling bin, in der Produktion, im Einkauf und Ähnlichem, dass ich Nachhaltigkeit mitdenke. Also dein Beispiel mit den Daten finde ich grandios, vor allen Dingen, ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf, aber ich weiß gar nicht, wie lange es dauert, bis sich der Datenbestand, den wir produzieren, verdoppelt. Das sind ja irgendwie Monate. Das heißt, alle Daten auf der Welt verdoppeln sich alle paar Monate. Vielleicht recherchiere ich das mal bis zum 22. und wenn ich dann überlege, von dem, was sich da verdoppelt, 80 Prozent, ganz flapsig ausgedruckt, ist für die Tonne. Das ist schon unglaublich, also dass wir einfach so viel Daten produzieren. Und ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, also jetzt mal so ein bisschen eine andere Perspektive, weil es mir gerade so einfällt. Jetzt gucken wir uns mal die ganzen IoT-Geschichten an. Also Smart Hone und so weiter, die ja nochmal unendlich mehr Dinge produzieren, die irgendwo abgespeichert werden. Und ich habe so eine Zahl im Kopf von den Telekommunikationsunternehmen, die jetzt klassisch sind, sind wir irgendwie bei 1,8 SIM-Karten. Und du lachst, du kennst vielleicht auch die Zahl, die gehen davon aus, dass man auf den, durch das ganze Thema IoT und was es alles so geben wird, wird man pro Person so auf 30 Karten kommen. Jetzt überleg dir mal, was das heißt, ja. Also wenn einer für 15-Fachung der SIM-Karten, für 15-Fachung der Daten, das Datentransfer, da gibt es dann vielleicht neue Technologien, ja. Für IoT gibt es ja das Narrowband oder so, ja, das sind halt andere, aber trotzdem wird da was bewegt, trotzdem werden dann neue Daten produziert und das heißt dann auch, okay, ein paar Festplatten mehr, ein paar Server mehr, ein paar Klimageräte mehr reinstellen und so weiter. Also das ermultipliziert sich ja dann auch, ja. Ja, definitiv. Deswegen ist tatsächlich der Fußabdruck von der digitalen Welt ziemlich groß inzwischen, also auch was Emissionen angeht. Und auf der anderen Seite, das ist die eine Seite und da gilt es sicherlich zu schauen, wie kann ich über, Stichwort Datensparsamkeit von eben mit dem Beispiel, da auch effizienter sein und somit ressourcenschonender sein. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, ohne digitale Lösungen würden wir diese Herausforderungen, vor denen wir da jetzt stehen, in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch gar nicht bewältigen können. Nur auch da ein Beispiel zu, nehmen wir im Bereich Klimaschutz die Frage, ja, wie viele CO2-Emissionen können wir eigentlich noch ausstoßen als Menschheit? Was ist das CO2-Budget? Über das auch hin und wieder mal diskutiert wurde, auch im Wahlkampf und Co. Und das sind Berechnungen, die ohne digitale Lösung überhaupt nicht möglich wären. Und warum ist das wichtig? Denn das ist ja wichtig vor dem Hintergrund, naja, wie viel, also wie lang können wir uns noch Zeit lassen quasi mit der Transformation oder wie schnell muss das passieren? Und vor allem auch für mich jetzt wieder als Unternehmerin zum Beispiel, ich habe einen ökologischen Fußabdruck und ja, wie viele Emissionen habe ich jetzt eigentlich genau? Das zu berechnen, wenn ich nicht ein klitzekleiner Betrieb bin, ist auch schon wieder ganz schön aufwendig und da helfen uns digitale Lösungen natürlich total, den sogenannten Corporate Carbon Footprint zu berechnen, die CO2-Bilanz des Unternehmens oder der Treibhausgase. Und dafür sind digitale Lösungen nur als ein Beispiel natürlich auch immens wichtig. Ohne die geht es nicht. Von daher, das ist so ein bisschen die Zweischneidigkeit bei den digitalen Dingen. Und deswegen ist so ein bisschen mein Credo, dass wir so selbstverständlich wie irgendwie unsere Handys und all die digitalen Lösungen, ich meine, wo immer wir uns quasi im Alltag hinbewegen, fast überall sind digitale Lösungen inzwischen, dass so selbstverständlich wie das geworden ist, so selbstverständlich sollte auch Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln, nachhaltiges Denken werden. Und dann werden wir mal zurückspulen. Ich weiß nicht, das erste iPhone als das Smartphone, was ein Stück weit die Welt vielleicht verändert hat, kam vor, keine Ahnung, 13 Jahren oder sowas ungefähr raus. 14, 2007, ja. Davor, wenn man sich diese Zeit nochmal vorstellt, war vieles irgendwie anders, als es heute ist. Das heißt, innerhalb dieser relativ kurzen Zeit, 10 bis 15 Jahre, hat sich das unfassbar verändert, nur an diesem Beispiel auch wieder festgemacht. Und so ähnlich wünschte ich mir das auch für Nachhaltigkeit, vielleicht noch einen Ticken schneller sogar, dass das so selbstverständlich wird in unserem Handeln. Denn das ist auch überall, egal in welchem Job ich bin, in welchem Lebensabschnitt ich mich befinde, wo ich hinschaue, in meinem Haushalt, überall kann ich auch in Sachen Nachhaltigkeit mitdenken. Gerade fällt mir noch was ein. Weißt du, wie viele iPhones verkauft wurden? Seit 2007? Was schätzt du? Weiß ich nicht. Boah, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie drei Milliarden. Ich weiß nicht, ich habe null. Ah, das ist drei Milliarden schon sehr euphorisch. Also, wir haben jetzt Q4, Q4 dieses Jahr ist noch nicht dabei, aber bis Q3 waren es über zwei Milliarden. Über zwei Milliarden. also über zwei Millionen iPhones wurden verkauft, ja. Also auch ein, ja, vor allen Dingen, da habe ich jetzt auch ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich glaube, fünf oder sechs gehen auf meine Kappe. Ja, also, bei wem nicht. Ja, also, das ist halt irgendwie so, hat sich so ein bisschen so auch eingebürgert, ja, und, und, ich glaube auch, das ist noch ein Thema. Ich hatte vor Jahren mal mit einem ITler zu tun, da hatte so eine Idee und hat gesagt, Mensch, warum brauchen wir immer neue Rechner? Weil es gibt einfach Dinge in dem, in dem PC, die man weiterverwenden kann, also zum Beispiel das Netzteil, ja, und warum macht man da nicht irgendwie so ein Modulsystem, dass man halt nur das dann, nur das austauscht, was man braucht, ja, geht dann wahrscheinlich auch in ein paar Lebenszyklen oder ein, zwei Lebenszyklen, ja, weil dann halt dann doch, vielleicht ist es dann auch, ist das Netzteil dann einfach, braucht das Alte dann zu viel Strom und so weiter, aber zumindest mal das, die Denke, die Denke so zu überlegen, fand ich, fand ich schon hochinteressant, ja, also. Und das gibt es ja inzwischen auch im Markt immer mehr, ne, wenn man sich zum Beispiel den, die deutsche Firma Shift anguckt, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber die haben genau diesen modularen Ansatz eben umgesetzt, es gibt das Shift Phone, die eben sagen, wir im Prinzip jede Komponente daraus ist leicht austauschbar und somit auch upgradebar zum Beispiel, das heißt, ich muss nicht immer das ganze Handy tauschen, wenn ich irgendwie ein Upgrade vom Arbeitsspeicher oder Prozessor oder sowas machen will, bis hin zu die Frage, ja, was machen wir denn mit den alten Teilen, wie, dann kommen wir so langsam in Richtung Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, wie gehen wir mit den alten Teilen um, können wir die, denen ein zweites Leben an einer anderen Stelle in einem älteren Gerät schenken, was dann refurbished zum Beispiel für Schulen oder sowas verwendet wird, gerade bei PCs ist das sicherlich ein großes Thema, oder können wir es eben vernünftig auch recyceln, dass die wertvollen Ressourcen darin eben auch wiederverwendet werden können, statt, ich habe auch mal eine Zahl gelesen, dass irgendwie zig Millionen alte Handys und Smartphones in deutschen Haushalten lagern, was ein unglaublicher Ressourcenschatz ist, der halt leider nicht zugreifbar ist und wir somit neue Ressourcen schürfen müssen für Energie und vor allem auch oftmals sozial prekäre Bedingungen, obwohl die eigentlich da wären, aber wir quasi den Zugriff nicht haben, weil wir diese Ressourcen quasi bei uns zu Hause nicht sehen, nicht wertschätzen, in Anführungsstrichen, im wahrsten Sinne des Wortes, welcher Wert da drin steckt und deshalb wir sie ja auch nicht verwenden können in dieser Kreislaufwirtschaft, die wir halt noch nicht haben an der Stelle. Aber das sind ja auch Dinge, die sind dabei zu entstehen. Aber das sind da auch so solche Geschichten, da kommt dann auch vielleicht das Thema Sharing Economy, bringt dann auch neue, ganz neue Perspektiven. Also ich habe zum Beispiel schon vor Jahren, ja, vor einigen Jahren, wir hatten zwei Autos, wir haben ein Auto abgegeben. Ich habe gesagt, okay, ich steige um auf Bahn und einfach auf andere Mobilitätskonzepte, Blablakar, Flixbos, Taxi, auch, ja, also alle Methoden, die es so gibt, ja, und das hat uns, hat uns also erstens viel Geld gespart, ja, muss man sagen. Und zum Zweiten war es natürlich auch, ja, vielleicht umweltschonender, ja, als was anderes. Und das geht ja weiter, ja, also das ist einfach auch so dieses Mindset, ja, es muss nicht jeder eine Schlagbohrmaschine haben. Wenn die halt von 365 Tagen 364 Tage im Schrank liegt, ja, dann ist das absoluter Quatsch, ja. Und da entwickeln sich ja auch so Plattformen, so Nachbarschaftsaustausch. Der eine hat eine Kettensäge, der nächste hat eine Bohrmaschine. Ich glaube, das sind wir auch noch am Anfang, aber das wird mit Sicherheit kommen. Oder dann das ganze Thema reparieren, ja, also was ja in Skandinavien gibt es da ja schon einige Beispiele, ja, wo dann halt es Läden gibt oder Vereine, die halt dann was reparieren, ja. Repair-Cafés oder so. Ja, genau, ja. Ja, da entwickelt sich unheimlich viel und das hat oftmals, bei den Beispielen, die du jetzt hattest, sind private Haushalte da wieder ein bisschen mehr im Fokus. Aber das möchte ich gerne auch in die Runde werfen, denn auch da glaubt man ja immer wieder, dass Nachhaltigkeit kein funktionierendes Geschäftsmodell quasi sein kann. Und da gibt es zwei sehr prominente Gegenbeispiele quasi zu dieser These aus der Bekleidungsindustrie, nämlich einmal Patagonia aus Amerika und einmal VD aus Deutschland quasi, das deutsche Patagonia, wenn man so möchte, die beide Outdoor-Bekleidung herstellen und nicht nur Bekleidung, sondern eben auch alles, was man sonst für Outdoor braucht, zum Beispiel Zelt oder Ähnliches. Und Patagonia ist sehr prominent mit diesem Thema Reparatur. Die sagen, also unsere Produkte, unsere Jacken beispielsweise, sowas sind so langlebig, wenn du da nach 10, nach 15 Jahren Probleme mit hast, schick es ein, wir reparieren dir das kostenfrei. Das gehört für uns zu unserem Anspruch, zu unserem Ressourcen, Lebensverständnis dazu. Du sollst dir keine neue Jacke bei uns kaufen, sondern du sollst sie, solange es irgend geht, tragen als Beispiel. Und VD, die sagen beispielsweise, ja, genau dein Beispiel, wenn jetzt das Fünf-Personen-Zelt 99% des Jahres im Keller liegt, bei zig Familien, ist ja irgendwie auch Quatsch. Da sind Ressourcen geparkt, da wurden, haben Menschen für gearbeitet, das herzustellen und es wird den allergrößten Teil seiner Lebenszeit nicht verwendet. Warum verleihen wir solche Dinge nicht, statt sie zu verkaufen? Wir haben also inzwischen einen Verleihshop online aufgebaut für diese Gegenstände, wo sie sagen, die braucht man in aller Regel nicht im persönlichen Besitz und ständigen Zugriff, sondern die braucht man vielleicht alle paar Jahre mal und dann verleihen wir sie doch, statt sie zu verkaufen und machen daraus ein Geschäftsmodell. Und das ist super spannend. Also da stehen wir, glaube ich, wirklich noch an den Anfängen, sowohl bei den Beispielen, die du hast, als auch in diesem, wo wir vielmehr darüber nachdenken müssen, warum muss eigentlich jeder mal alles besitzen und den größten Teil der Lebenszeit verschwendet quasi rumliegen haben und gibt es eben nicht vielmehr eine Möglichkeit über Verleihen beispielsweise eben da auch Geschäftsmodelle zu verändern. Das ist eben etwas, wo wir einfach auch Geschäftsmodelle teils anders denken müssen. Das, was du jetzt angesprochen hast von Patagonia, die haben ja auch, waren ja jetzt so die, ich will nicht sagen Trendsetter, das ist vielleicht das falsche Wort, aber waren so einer der ersten, man spricht ja auch von No-Marketing, ist also neue, neue Richtung im Marketing und eine Bekannte von mir, die schreibt ihre Promotion zu diesem Thema und ich weiß, ob du die Anzeige kennst von Patagonia, ich weiß jetzt zum Black Friday oder was das war, die haben eine Anzeige geschaltet mit so einer Jacke und dann stand drauf Don't buy this jacket, also mega spannend, wo sie dann darauf hinweisen, okay, du sollst jetzt das nicht getrieben durch ein Black Friday und so weiter einkaufen und da steht dann auch drin Reduce, Repair, Refuse, Recycle, also das so als quasi Werte und also ich denke, da wird sich schon noch, die sind ja jetzt natürlich wirklich ganz, ganz weit vorne, VD dann in Deutschland, die haben das aufgegriffen, ich habe da auch nur mal so eine Subline gelesen, dass die da auch mega erfolgreich unterwegs sind, auch im Getrieben durch die Pandemie, die wir gerade haben, ist da eigentlich sehr, sehr viel passiert. Ja und da gibt es viele Beispiele, wo sich da einiges tut, also ich muss spontan übrigens, ich weiß gar nicht, warum, welches deiner Worte das getriggert hat, aber ich muss spontan an meinen alten Arbeitgeber AXA denken und die Versicherungsbranche, die für sich auch festgestellt haben, Mensch, wir haben noch einen gigantischen Hebel und jetzt bin ich mal gespannt, was würdest du denn schätzen, was so die Summe aller Kapitalanlagen der deutschen Versicherer in Deutschland nur ist, was haben die so an Vermögen, was die verwalten? Ja, ich weiß, schwierig und du kannst nur daneben liegen. Ich kann nur daneben, ich sage mal, 400 Milliarden. Ja, das reicht nicht ganz, es sind tatsächlich sagen und schreibe über 1,7 Billionen, also über 1700 Milliarden, nur die deutschen Versicherer, dass die an Vermögen verwalten und jetzt stell dir vor, was das für ein gigantischer Hebel ist, den sie eben mittlerweile auch erkannt haben, wenn diese Versicherer mit den 1,7 Billionen Euro sagen, hey, wir wollen, liebe Unternehmen, dass ihr euch in Sachen Nachhaltigkeit bewegt und das tun sie immer mehr, also die gehen immer mehr eben in Unternehmen und sagen, hey, euer Geschäftsmodell gefällt uns nicht, wir nehmen entweder Einfluss als große Stimmberechtigte und sagen, verändert das, sonst sieht es schlecht aus, was unsere Unterstützung angeht oder sie gehen sogar ganz raus aus Investments, aber haben vor allem eben diesen gigantischen Hebel erkannt und das mündete zum Beispiel auch in Schlagzeilen jetzt dieser Tage eine große deutsche Bank, die sagt, wir machen jetzt Klimachecks bei unseren Kunden aus der Finanzbranche kommt und wir wollen verstehen, wo steht ihr da, liebe Unternehmen und dann kommen wir plötzlich an den Punkt, wo, glaube ich, viele Unternehmen noch gar nicht vorbereitet sind, nämlich auf diese Fragen irgendwie Auskunft geben zu können, weil ganz viele ihre CO2-Bilanz noch nicht haben oder überhaupt einen Nachhaltigkeitsbericht, also die Frage, wo stehe ich eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit noch gar nicht angeschaut haben, weil sie es vielleicht bisher noch nicht mussten, aber plötzlich beim nächsten Gespräch, wenn ich den nächsten Kredit brauche, weil ich investieren will, weil ich nämlich mal neue Maschinen oder ähnliches eben beschaffen will, dann stellt die Bank mir plötzlich diese Fragen oder die Versicherung als Investor und dann muss ich auskunftsbereit sein und das ist, glaube ich, ein unterschätztes Thema, wo viele Unternehmen, glaube ich, dringend Gas geben müssen, dass sie da nicht plötzlich das Nachsehen haben gegenüber ihren Wettbewerbern auch ganz einfach. Also es ist ja so ein bisschen im positiven Sinne Daumenschrauben, um auch die Bewegung, also dass da was, dass sich was passiert, ja, dass da Bewegung reinkommt, ja. Genau, und wir haben anfangs mal über diese sozialen Kipppunkte besprochen und wir haben jetzt auch in der Finanzindustrie diesen Kipppunkt definitiv erreicht. Und da ist sicherlich vieles noch auch in der Frage, ja, was ist jetzt genau grün oder nachhaltige Geldanlage, da wird noch viel diskutiert, auch auf EU-Ebene, aber Fakt ist halt, das ist ein Trend, der nicht mehr weggeht, ja, es ist eben, sagt ein Megatrend und es ist eben ein Thema, was gekommen ist, um zu bleiben, eine Transformation und da hilft es jetzt nicht, sich wegzuducken und zu hoffen, dass das schon vorübergeht, wie man das bei der Digitalisierung manchmal am Anfang auch den Eindruck hatte, dass manche Unternehmen das gehofft haben und so ähnlich wird das hier auch sein, das wird sich eben ganz stark verändern und deswegen hilft es eigentlich nur, in Anführungsstrichen, sich damit auseinanderzusetzen und mit aller Kraft voraus, sich damit zu beschäftigen und zu fragen, was kann ich als Unternehmen tun und wie kann ich da reingehen, so wie das besagte Beispiel der Patagonia VD inzwischen sogar marketingmäßig nutzen. Und was sie auch, also jetzt ist jetzt wieder so ein Beispiel im Kleinen, also ich nehme ja dann immer so Dinge auch wahr, wenn du jetzt Versicherungen ansprichst, ja, neulich passiert bei mir im Hörsaal, ja, sich eine Studentin aufgeregt über ihre Versicherung, jetzt schicken die mir da Papier, das gibt's doch heute, jetzt schicken die mir Papier, ja, also das sind so Reaktionen, ja, wo man dann so, ich finde, wenn man da genau hinhört und hinschaut, ja, im Marketing sagt man verändertes Kaufverhalten, ja, verändertes Kaufverhalten, ja, also da haben die gar keine Lust mehr drauf, ja, und dann gibt's ja den berühmten Lebenszyklus, den persönlichen Lebenszyklus, jetzt, keine Ahnung, ist die junge Dame liiert, ja, und auf einmal kommen Männlein und Weiblein oder wer auch immer zusammen, ja, ziehen zusammen und auf einmal haben wir eine Versicherung, so viel, ja, und dann ist die Frage, welche Versicherung wird jetzt gekündigt, ja, und ich glaube, die Entscheidung wäre da ziemlich klar, ja. Naja, das ist so, das ist eben auch das, was sich im Mindset der Bevölkerung ändert, wie gesagt, Verhalten gilt es bei jedem sicherlich noch ein bisschen zu schauen, hinterherzuziehen, aber das haben wir alle, das habe ich auch, das hat jeder unterschiedlichen Reifegrad quasi in dieser Nachhaltigkeitsreise, aber das verändert sich und zwar im Moment, glaube ich, wirklich mit einer rasenden Geschwindigkeit, deswegen glaube ich, dass das, dass wir auch eine Art, ein guter Freund von mir hat es mal genannt, die Renaissance der Nachhaltigkeit haben, vor der wir gerade stehen, nämlich dieses Begreifen in wirklich breiter Masse, was das alles so bedeutet, was das für Implikationen hat und das ist nichts, was von heute auf morgen geht, das ist ganz klar, aber das hat vor spätestens zwei Jahren mit Fridays for Future einen starken Antrieb bekommen und das geht auch bestimmt noch ein paar Jahre, bis das so richtig in der Bevölkerung, im Handeln auch angekommen ist, aber es ist eben nicht mehr aufzuhalten und es passiert jetzt und deshalb halte ich eben viel davon, jetzt in die Gestaltung zu gehen, das ist immer so mein Appell auch an Unternehmen und Nachhaltigkeitsmanager innen, wenn sie mit mir über diese Themen sprechen, weil die oft auch eben so im Zwiespalt stecken, ja, was kann ich schaffen oder ich habe hier irgendwie einen Auftrag, aber ich weiß nicht so genau wie, da gilt es halt vor allem in die Gestaltung zu gehen und zu sagen, okay, lass uns mal schauen, was ist eigentlich der wesentliche Hebel für uns als Unternehmen und da packen wir an und da müssen wir Menschen von überzeugen, müssen wir Menschen begeistern, mitnehmen, aber vor allem überhaupt mal machen und das ist sowieso das Wichtigste, nicht abwarten und zugucken und hoffen irgendwie, dass das an einem vorbeigeht, das wird nicht passieren, sondern machen, einfach anfangen, anfangen ist das Wichtigste, was wir tun können und nicht den Anspruch haben, ich muss ja gleich perfekt sein, das ist keiner, also das ist nicht der richtige Anspruch, sondern anfangen ist der richtige Anspruch und dann geht's los und dann wächst man da rein. Das war eigentlich jetzt schon ein schönes Schlusswort, ja. Daniel, vielen, vielen Dank, wir werden noch mehr erfahren über das Thema, so gelingt die Transformation zum nachhaltigen Unternehmen bei unserem Digital Breakfast am 22. 2. Ich freue mich sehr, dass du da warst und ich freue mich auch auf unsere Aktivitäten 2022, ja, wo wir ja dann, ich glaube, so acht bis zehn Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit geplant haben. Vielen Dank, dass du da warst, bleib gesund und munter und bis bald. Tschüss. Sehr gerne, Dankeschön, Thomas. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.